Euch geht's wieder gut, einigermaßen? Ja, geht. Ja, geht. Aber es muss ja, es muss ja weitergehen mit diesem Spiel und das ist Nummer 5. Ja, die gute Nachricht, könnt ihr im Sitzen spielen, Musik rückwärts. Ihr hört ein Lied, rückwärts abgespielt und ihr sagt mir den Songtitel, den kompletten Songtitel. Interpret interessiert mich nicht, Songtitel. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Also 100% genauer Wortlaut? Ja, 100% genauer Wortlaut. 5 Sekunden habt ihr Zeit, wenn ihr gedrückt habt. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei falscher Antwort bekommt der Gegner den Punkt und das Lied ist aus dem Spiel, also hier kein Abstauber möglich. Wer zuerst 7 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Kopfhörer mal bitte auf, wir machen ein Beispiel. Könnt ihr mich hören? Sehr gut, Beispiel. Wie heißt dieser Song? Stefan? Amadeus. Rock me Amadeus müsste es richtigerweise heißen. Amadeus hätte nicht gereicht. Nein, aber Rock me Amadeus hätte gereicht, aber es war ja nur ein Beispiel. Wir hören uns das mal richtig an. Völlig korrekt. Rock me Amadeus von Falco. Noch Fragen? Thorsten, alles gut? Ja. Alles verstanden? Super. Wer zuerst 7 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Wir beginnen mit diesem Song. Umbrella von Rihanna ist richtig. Jawohl, erster Punkt für Stefan Raab an dieser Stelle und sofort geht es weiter mit diesem Lied. Thorsten? Heal the world. Heal the world. Wir hören mal rein. Das stimmt. Sehr gut. 1 zu 1. Wie viele? 7. 7. 7 insgesamt. 1 zu 1 steht es nach 2 Liedern. Und hier ist das dritte. Und hier ist das dritte. Vuien ist nur mehr schuld von ihr letzte. Wisst euch r оказ, es hat sich rückwärts auf jeden Fall besser als vorwärts. So viel steht fest. Dann drücke ich. Ich drücke. Du strickst? Ich drücke, ja. Ich vermute mal deinem Tipp nach. War es durch den Monsun? Ich habe keinen Tipp gegeben. Ich habe einfach nur eine Einschätzung gegeben. Ist es durch den Monsun? Wir hören mal rein. Ist es durch den Monsun? Ich war mir nicht sicher. Ich habe es vermutet. Aber dein Tipp war nicht schlecht. Es war keiner. Es war einfach meine ganz persönliche Einstellung. Aber das Publikum war ja vielleicht auch der Meinung. So, 2 zu 1 für Stefan. Und wir machen weiter. Stefan? Take on me. Take on me, aha. Wir hören mal rein. Völlig richtig. Die Jungs aus Norge. 3 zu 1 für Stefan in Musik rückwärts. Und der braucht noch 4 Punkte. Kann das sein, dass das noch spät reagiert hier? Wenn ich drücke, dauert das solange das Piep macht. Ne, das war aber jetzt sehr synchron. Gut. Nächster Song. Ich war, weil wir über den München halten. St видно. Ich war nicht so gut. Wie ist es etwas cool? Ich war nicht so gut. Ich war nicht so gut. Es sei, es ist etwas wie es. Ir куда geht. Ich erkenne es, ich kenne es, ich kenne es. Dann lösen wir auf. California Dreamin, Mamas und Papas. Okay, weiter geht es mit diesem Lied. Thorsten, Smells Like Teen Spirit, wir hören mal rein. Nirwana, Smells Like Teen Spirit, Spielstand Thorsten 2, Stefan 3 und hier haben wir noch einen Song für euch. Ja, Stefan? Pokerface. Pokerface, wollen wir mal reinhören. Lady Gaga. 4 zu 2. Was ist das? Es klingelt. Was? Hallo Paris. Herr Doktor Böhr, was gibt es? Ja. Ach, okay, alles da. Herr Doktor Böhr sagt, der Punkt für Durch den Monsun muss deswegen abgezogen werden, weil der Einspieler schon vorbei war. Und wenn die Musik aufhört, dann kann man nicht mehr drücken, war zu spät gedrückt. Also ein Punkt für Stefan Weniger. Ist das richtig? Okay, 3 zu 2. Die Bedenkzeit war abgelaufen. Die Bedenkzeit war abgelaufen? Das ist die Begründung gewesen. Ich hab da noch ein bisschen gelabert. Ja, dann musst du halt nicht labern. Ja? Dafür haben wir da oben jemanden sitzen, der aufpasst. Ein Applaus für unseren Notar, meine Damen und Herren. So. Gut aufgepasst, Herr Doktor. Gebt ein Fleißkärtchen. 3 zu 2 für Stefan. Das ist der neue Spielstand. Okay, machen wir weiter mit diesem Song. Ah, Mann! Purple Rain. Purple Rain, sagt Thorsten. Das ist das 3 zu 3. Purple Rain. Okay, und wir müssen... Darf ich noch mal probieren, bitte? Ja, was willst du denn? Ich hab immer das Gefühl, er springt nicht direkt an. Ja, du wirst mich gleich anspringen. Denn wir müssen Thorsten ja übrigens auch noch einen Punkt geben, weil du ja die 5 Sekunden ausgenutzt hast. Und deshalb kriegt Thorsten einen dazu. Was, 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 was? Welche 5 Sekunden? Du hast gedrückt, hast 5 Sekunden vergeudet. Ja. Hast die Antwort innerhalb dieser 5 Sekunden nicht gegeben. Und das ist laut Regeln natürlich Strafe. Deshalb steht es jetzt 4 zu 3 für Thorsten. Was? Es ist so. Was? 5 Sekunden habe ich es vorgelesen. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort zu geben. Ja, aber wenn man die Antwort in dieser Zeit nicht gibt, was ja faktisch dann der Fall gewesen ist, weil ich die Antwort erst danach gegeben habe... Aber du hast gebuzzert. Du hast gebuzzert. Es ist ein Fehler. Ja, weil dann kann die Antwort ja nicht als falsch gegeben werden, weil die Zeit war ja bereits abgelaufen. Innerhalb der 5 Sekunden muss man antworten. Na, das gibt ein Nachspiel am grünen Tisch. Das kann ich dir versprechen. Ich freu mich sehr, denn wir haben alles richtig gemacht. 4 zu 3 für Thorsten im Spiel Musik rückwärts. Wie viel 7 muss man hier haben? Ja, du hast noch 4, Thorsten noch 3. So, es geht weiter. Griechischer Wein. Griechischer Wein, sagt Thorsten. Das stimmt! Ohne irgends griechischer Wein. Oh, und mit einem Passfoto aus dem Führerschein. So, das ist das 5 zu 3 für Thorsten. Stefan? People are people. People are people. Haben wir mal rein. Deepish Mode. Deepish Mode. People are people. Sehr gut. Nur noch 5 zu 4. Das stimmt. Das stimmt. Born to be wild. Born to be wild, sagt Stefan. Und das ist korrekt. Steppenwolf. Aus Easy Rider. Aus Easy Rider. Ja, geht doch alles. 5 zu 5. Beide brauchen noch 2 Punkte. Und das ist der nächste Song. Thorsten? Sie ist weg. Sie ist weg. Das heißt 6 zu 5. Jetzt für Thorsten noch 1 Punkt. Und dann hast du dieses Spiel gewonnen. Hier ist der nächste Song. Rückwärts. Das war's. Keine Idee? Vom Sound her kenn ich's. Ihr müsst nicht. Dann lösen wir auf. Wir haben noch ein paar. Okay, lösen wir auf. Katy Perry. I kissed a girl. Nach wie vor. Kleiner Matchball in diesem Spiel für Thorsten. 6 zu 5 für ihn. Und das ist der nächste Song für euch. Nothing Else Matters. Und das ist der Sieg für Thorsten. Nothing Else Matters. Metallica. Was guckst du mich so an? Ich guck dich nicht an. Ich werde mir das nachher nochmal genau in der Aufzeichnung anschauen. Ja. Und was sind deine Fragen? Bitte? Was sind denn deine Fragen an dieser Stelle? Ich habe keine Fragen. Ich werde Taten folgen lassen. So, so. Ich freue mich auf das Geschenk. So, es steht folgendermaßen nach dem fünften Spiel. Thorsten 6, Stefan 9. 9. Applaus Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da.